Was ist überhaupt eine PKV? Das wurde ich in letzter Zeit häufiger über den Fragesticker bei Instagram gefragt und heute soll es mal darum gehen, überhaupt zu erklären, was bedeutet PKV und was ist das überhaupt? Im Großen und Ganzen gibt es in Deutschland zwei Gesundheitsversicherungssysteme. Und zwar gibt es einmal die gesetzliche Seite, die besetzliche Krankenversicherung, auch gerne GKV genannt und es gibt die private Krankenversicherung, auch gerne PKV genannt. Das heißt, im Großen und Ganzen haben wir hier zwei unterschiedliche Systeme. Die Träger hier links von der gesetzlichen Krankenversicherung sind die Krankenkassen, die ihr kennen dürftet. Krankenkassen, nämlich Träger wie die AOK, Technikerkrankenkasse oder Barmer zum Beispiel. Gibt es natürlich noch ein paar mehr, wenn eure jetzt nicht dabei war, tut es mir leid. Hier drüben haben wir bei der privaten Krankenversicherung nochmal zwei Unterteilungen, nämlich einmal haben wir sogenannte Aktiengesellschaften und wir haben im Gegenzug auch noch Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Das heißt, die privaten Krankenversicherer unterscheiden sich nochmal und sind im Großen und Ganzen aber so organisiert, dass es sich hierbei um private Institutionen handelt. Das heißt, hierbei handelt es sich um sogenannte, ich benutze einfach mal den Begriff, private Unternehmen. Und diese privaten Unternehmen, bei denen läuft das Ganze so ab, dass ein Individuum eins, was dann in dem Fall du sein könntest, mit einem Unternehmen eins ein Vertragsverhältnis eingeht. Und dieses Vertragsverhältnis ist dann genau gestaffelt. Das heißt also, hierbei gibt es dann genaue Leistungen, die vereinbart worden sind. Hierbei wird das Risiko von dem Individuum eins genau eingepreist. Das heißt, das Unternehmen sagt dann, hey, Individuum, du bist so und so groß und so und so schwer. Oder du hast die und die Vorerkrankungen, beispielsweise hast du Heuschnupfen. Und weil du auf Grundlage dieser Daten ein gewisses Risiko darstellst, bekommst du von uns folgenden Preis. So wird das letztendlich gemacht. Hierbei fließen dann natürlich noch ein paar Daten weiter rein, wie beispielsweise das Alter und natürlich auch andere Vorerkrankungen, wie Unfälle oder ähnliches. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist das Ganze so, dass die Versicherungsleistung Kraftgesetzes von den Kassen umgesetzt wird, aber es sich hierbei eben nicht um privatrechtliche Verträge handelt. Das heißt also, dass du hier nicht individuell sagen kannst, hey, ich will dafür das und das haben. Denn auch hier kannst du in diesem Vertrag beispielsweise sagen, hey, ich will Leistung A, Leistung B und Leistung C zum Beispiel nicht, aber A und B sind mir besonders wichtig. Das heißt also, hier kannst du wirklich ganz, ganz viele individuelle Bausteine basteln. In der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es, wie gesagt, keine privaten Verträge, sondern du bekommst einen Leistungskatalog von dem Gesetzgeber vorgegeben. Und dieser Leistungskatalog, der wird auch gerne mal angepasst. Das heißt, in der gesetzlichen Krankenversicherung ist es so, dass die Leistungen in der Vergangenheit tendenziell eher abgenommen haben. Das heißt also, die Leistungskurve war eher das hier und die Kostenkurve von dem Gesetzgeber war eher die hier. Das heißt also, im Großen und Ganzen geht hier diese Schneise auseinander. Wenn wir hohe Leistungen früher mal hatten und dafür wenig gezahlt haben, kriegen wir jetzt einfach weniger für mehr Geld. Und das ist so eine Sache, die ganz gerne schleichend umgesetzt wird mit Beitragsanpassungen und Ähnliches. Wie berechnet sich jetzt hier der Beitrag deiner individuellen Situation? Ja, die wird abhängig gemacht von deinem Einkommen. Das heißt, Leute, die viel Geld verdienen, die zahlen in der Regel mehr. Und Leute, die weniger Geld verdienen, die zahlen weniger. Und das Höchste, was man hier bezahlen muss, sind so round about 990 Euro pro Person. Wenn man ein gewisses Einkommen verdient, das ist der Höchstsatz, den man dann bezahlen kann. Ansonsten bezahlst du in der Regel immer um die 14,6% plus den Zusatzbeitrag von eben AOK, Barmer, Techniker oder whatever, der dann auch dazukommt. Das heißt, im Großen und Ganzen hast du hier aber diesen Kostenblock deines Gewinns, den du erstmal abführen musst, bis eben zu diesem genannten Höchstsatz von knapp 1000 Euro. Und das ist natürlich etwas, was sich viele Leute fragen, macht das für mich Sinn? Bei Angestellten werden jetzt hier 7,3 und 7,3% berechnet, weil der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer das gleich tragen. Aber bei der Privaten ist das auch so, dass der Arbeitgeber beispielsweise einen Teil dazu nimmt, wenn du Angestellter bist. Bei Selbstständigen ist das Ganze eben immer selbst zu tragen. Deswegen tun diese Höchstsätze dem Selbstständigen auch extrem weh, weil der, wie gesagt, hier diese circa 1000 Euro komplett selber berappen muss. Und wenn du jetzt junger Selbstständiger bist, 22, 23, 25, whatever, und gehst eigentlich gar nicht zum Arzt, dann denkt man halt zweimal drüber nach, ob man nicht hierfür das Geld für was anderes benutzen kann. Der Vorteil jetzt von der gesetzlichen Krankenversicherung liegt eigentlich im Bereich der Familienversicherung und der Einkommensabhängigkeit, wenn du nichts oder wenig verdienst. Das heißt, wenn du Kinder bekommst, dann ist es halt eben auch so, dass deine Kinder über die Familienversicherung mit bei dir versichert sind. Das heißt, du musst keinen eigenen Beitrag für die Kinder bezahlen. Das heißt, das erste Kind und das zweite Kind und das dritte Kind, die kosten alle immer noch den prozentualen Satz, den du halt eben verdienst. Die sind dann alle inkludiert über diese Familienversicherung. Bei der privaten im Gegenzug ist es so, dass halt jedes Kind dann einen eigenen Beitrag bekommt. Also Euro, Euro, Euro. Das heißt also, wenn du vorhast, viele, viele, viele Kinder zu machen, dann kann es sein, dass sich die private Krankenversicherung für dich nicht rechnet. Das ist natürlich eine Sache, die muss man dann berücksichtigen. Und das Weitere, was man berücksichtigen muss, ist die Einkommensabhängigkeit, vor allem im Alter, wenn du nicht mehr arbeiten gehst. Dann kann es natürlich sein, dass du in der privaten Krankenversicherung eine Vereinbarung hast, die teurer wäre, als dein Einkommen kosten würde in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und das ist so eine Sache, die muss man sich halt dann überlegen. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass das, wenn man das ordentlich aufbaut und sich jetzt mal überlegt, dass du beispielsweise jetzt irgendwie 20 Jahre alt bist, als junger Selbstständiger, was ja der Kanal vor allem hier versucht klarzumachen für junge Selbstständige, dann ist es so, dass du dir halt, wenn du gutes Geld verdienst, und viele unserer Klienten verdienen halt irgendwie 10k im Monat, dann zahlen die halt alle hier irgendwie ihre 1000 Euro knapp. Jetzt nicht ganz, aber halt eben knapp darunter zahlen die dieses Geld. Und jetzt ist natürlich die Sache, wenn du jetzt in derselben Situation eine Chance hast, halt nur irgendwie 400 zu zahlen beispielsweise, irgendwo hier, dann ist natürlich die Sache, hey, mit dem Geld hier dazwischen muss man vielleicht ein bisschen was machen, dass man im Alter, wenn diese Einkommensabhängigkeit eigentlich greifen würde, das Ganze sich eben nicht übermannt, dass du eben mit dieser Einsparung hier eine gewisse Rendite erzielst, die dazu führt, dass du am Ende Kapital hast, um diese Last, die dann mehr da wäre, stemmen zu können. Und deswegen können wir hier sehen, dass die Systeme, gesetzliche Krankenversicherung und private Krankenversicherung, sich schon unterscheiden und es natürlich Situationen gibt, in denen das eine besser ist oder das andere besser ist. Aber du hast jetzt auf jeden Fall erstmal einen Überblick und verstanden, hey, was ist das überhaupt, Krankenversicherung, private und gesetzliche und wie sie eben einen Unterschied aufmachen. Im großen Ganzen können wir sehen, okay, es gibt Situationen, in denen es Sinn macht, privat krankenversichert zu sein und es gibt auf jeden Fall auch Situationen, in denen es Sinn macht, eben nicht privat krankenversichert zu sein. Aber ich kann dir sagen, dass wir in der Regel, wenn du gesundheitlich dazu in der Lage bist und das, ja, auch verstanden hast, das Thema, dass es für dich als Selbstständiger im Dienstleistungsbereich auf jeden Fall Sinn macht, da mal ein Auge drauf zu werfen. Und wenn du jetzt gemerkt hast, hey, ich merke, da kann man auf jeden Fall was machen, da ist doch der ein oder andere Punkt, den ich umsetzen sollte und mir vielleicht auch hier mal ein bisschen Geld sparen kann, ja. Dann ist es an der Zeit, dass wir miteinander sprechen und du trägst dich einfach ein dafür auf unserer Website www.vetter-consulting.de für ein kostenloses Erstgespräch und wir zeigen dir, mit welchen Schritten du es schaffen kannst, dass du einfach hier massiv viel Geld sparst und langfristig einfach mehr Geld hast. In diesem Sinne freuen wir uns auf deine Eintragung, wünsche dir weiterhin gute Umsätze, viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Vielen Dank.